Steam Glitcher versorgt mir die 35er Bombe plus die DMR 14 ist back. Darum wird es heute gehen Freunde und by the way, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, man spielt die DMR nicht. Warum spielst du die DMR? Warum spielst du nicht die Kilo, die Amex, die Grau? Es gibt so viele Waffen, warum spielst du DMR? Ich höre nur solche Sachen Freunde. Ich spiele die DMR aus einem Grund, weil sie zur Zeit noch immer, meiner Meinung nach, sehr, sehr stark ist. Meiner Meinung nach für Turniere, für solche Sachen, jeder Pro Player wie ein Aiden oder keine Ahnung, diverse Leute, jeder spielt noch die DMR, jeder der Turniere spielt, spielt die DMR. By the way, heute ist ein Turnier, das werde ich live streamen. Ab 18 Uhr beginnt das Turnier, ich bin um 14, 15 Uhr schon live, schaut da sehr, sehr gerne vorbei, Link ist unten in der Videobeschreibung wie immer zu meinem Twitch-Kanal. Da werdet ihr auch sehen, jeder der das Turnier spielt, fast jeder, wird die DMR und die Mech oder sogar die DMR und FFR spielen. Dazu folgt auf jeden Fall noch ein Video, seid gespannt. Also bitte schreibt mir nicht in die Kommentare, warum spielst du DMR, warum spielst du blablabla. Ich küsse eure Herzen, Leute, schreibt mir gerne, was für Waffen ihr zur Zeit nutzt und ich kann gerne eine Grau testen, eine Amex testen oder sonst was und ein Video dafür für euch machen, kein Problem. Schreibt mir sehr, sehr gerne in die Kommentare, was für Waffen ihr zur Zeit im Warzone spielt, mit welchen Waffen ihr grindet. Ganz kurz zur Klasse, Freunde, Mündung, Agents, die Schall, dem Favir, bei fast jeder Waffe, Law of Titan noch immer, weil er die Schussrate verbessert, das bedeutet, man triggert extrem schnell, die Waffe schießt extrem schnell. Angeblich soll der Ulan der Beste sein für Reichweite, die Entwickler von Warzone haben, ich weiß nicht, Ravensoft oder irgendwer, hat auf jeden Fall an den Läufen gearbeitet, weil jeder Lauf verbuggt war. Der Titanlauf war zum Beispiel, eigentlich ist er nur für Schussrate, also dass die Waffe schneller schießen kann, wenn man sie triggert, war eigentlich nur für das da, aber der Titanlauf hat sogar die Reichweite verbessert, also war der komplett OP, der Lauf. Das wurde jetzt wieder zurückgeschraubt, also überhaupt keine Reichweiteverbesserung mit dem Titanlauf. Jetzt macht der Ulan-Lauf aber Reichweite besser, obwohl er für Fahrzeugschaden ist, also komplett behindert, das hat alles J-Goth getestet, der testet alles rund um Warzone, um die Waffen und hinher. Ich spiele trotzdem den Titanlauf, weil er einfach die Schussrate verbessert und meiner Meinung nach ist es wichtig, bei der DMR sie schnell triggern zu können. Unterlauf, Feldagent, Vordergriff, Munition, 30 Schuss und Visier, Axial Arms 3, das ist das neue VLK, Visier sozusagen. Und ja, ich möchte mich auch kurz bedanken für die 400 Abonnenten, Freunde. Wir haben die 400 Abos gestern geknackt, ich küsse eure Herzen, wir haben fast in einer Woche fast über 30 Abos gemacht. Also an die ganzen neuen Leute, herzlich willkommen auf meinen Kanal, es freut mich mega, dass euch mein Content anscheinend gefällt, ihr ein Abo dagelassen habt. Ich küsse eure Herzen wirklich, herzlich willkommen, fühlt euch wohl bei mir. Und ja, jetzt folgt eine Benga 34er-Bomb, Freunde. Die 30er-Bombs kommen wie am Fließband, die Gegner waren in der Lobby natürlich wieder etwas lost. Aber ein Gameplay von über 30 Heels kann man nicht gegen die schlimmsten Spielzeilen spielen. Zurzeit habe ich auch keine 30er-Bomben mehr geschafft. Eine habe ich noch, dazu folgt noch ein Video. Und zurzeit sind die Lobbys echt mega, mega wild. Ja, ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß. Lasst sehr, sehr gerne einen Like, da würde ich mich natürlich mega freuen. Schreibt gerne in die Kommentare, was für Waffen ihr grindet zurzeit. Mit was für Waffen ihr werdet unsicher macht. Falls ihr noch auf dem Kanal seid, natürlich lasst euch sehr, sehr gerne ein kostenloses Abo da, falls euch meine Videos gefallen. Und falls ihr mich zu den tausend Abos supporten wollt, was ich dieses Jahr erreichen möchte. Ich küsse eure Herzen, viel Spaß mit der 34er-Bomb. Wir sehen uns dann im Stream, falls ihr Bock habt. Und wenn nicht, dann im nächsten Video. Ich küsse eure Herzen, ein schönes Wochenende wünsche ich euch. Bis zum nächsten Video. Tschüss, Morotja, wie viel denn noch hier? Komm, überfahren, überfahren. Komm, überfahren, überfahren, überfahren. Ich f*** dir. Ich f*** dir. Kannst du mir ein Schild geben? Ich f*** dir. Nein. Nein, das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr, Bruder. Bro, alle tot. Der hat in der letzten Sekunde revived. Ich f*** seine Mut... Die letzte Kiste könntest du wiederholen. Was sind das für Bots? Nein, mich snapped. Heile mich, heile mich, Sand. Ich bin safe. Ich komme, ich komme, ich komme. Ich komme, ich komme. Überlebe, überlebe stark. F***, Bruder, warte. Bruder, du bist ein Hurensohn, man. Nervt doch nicht, ja. Ja, Bruder, ich habe gerade Gunfight gehabt mit Schild. Ich kann nicht zoomen, Bro. Hier sind zwei. Ja, die pushen dich, Bro. Das war ein anderes Team. Heile dich nicht. Von hinten noch. Rechts. Äh, ciao. Grüß dich, Mann. Ich habe den Zugkopf. Auf der Lage. Oh, wir machen doch zusammen. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Nein, nein, nein. Bin da, bin da, bin da. Ich bin da. Da ist einer wieder. Hier, hier. Darüber gelaufen. Wow! Wo ist die Linke? Da raus. Links. Alles klar. Noch einer. Da, 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 da. Es kommt noch einer. Dicke, Dicke. Noch einer. Rechts, rechts auch noch einer. Ja, wild. Stark, Bruder, Mann. Bro, was war das gerade für Action hier am Nachbarn? Ja, Action, Action. Hier, rechts, ein Gegner. Keine Hacker. Danke, Dicke. Ah, Mann, nein. Nein, Dicke. Nein, Dicke. Lass drüber kommen. Der steckt an, Bro. Schildprobe. Stark. Sind sie drin? Nein, Dicke. Nein, Dicke. Nein, Dicke. Nein, Dicke. Ich bin da, ich bin da, ich bin da. Nein! Einer kommt noch. Einer kommt noch. Einer kommt noch. Nein, nein, nein. Nein. Oh mein Bot, Wasser im Bot. Bist du tot? Ja, Mann. Egal, ich hole dich. Ich habe genug. Ich habe genug. Ich hole dich. Ich hole dich. Der läuft ohne Kopf, Bro. Ich schwöre, der hat keinen Kopf gehabt. Hier, 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 hier. Nein, nein, nein. Hilfe, Hilfe Jungs. Einer noch. Ja. Zeit noch. Start! 30er Bomb ist da! Wir haben ja ins Game doch mitgespielt, oder? Jajaja, ich hol dich Bruder, du weißt Bescheid! Ey, ich brauch das Pater für Platten! Hier, Panzerungsgüste! Wo? Woh! Fuck! Ah, das bin ich nicht! Hab ihn gebrochen! Was sind das für Bots in der Lobby? Das ist unglaublich! Wo, wo ist er? Nur noch 5! Schau diese Buschzone an! Unglaublich, oder? Die sitzen safe in irgendein Busch, Bruder! Oh, die machen Stimglitch! Nein, oder? Die machen Stimglitch, 100% Bro! Aber wo könnten die sein, Bruder? Wo, 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 wo? Ich will wissen, wo! Ja! Nein, nein! Um, um, um! Einer noch! Einer noch! Hey, wo waren die? Wo, wo, wo der Junge ist, Bruder! Der ist bei TV Station morgens! Wir waren, wir waren Prison, Bruder! Der ist TV! GG! 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 Ramzone! GG! Ich freue mich! Du Bastard, Mann! Ich fiche dir! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal.